Hallo und herzlich willkommen hier bei der DVZ, liebe Freunde, liebe Leser, liebe Community der Deutschen Verkehrszeitung. Ja, hier auf dem roten Sofa, darf ich sagen, eine Legende der Logistik, aber immer noch sehr aktiv und sehr kommentierend unterwegs. Klaus-Michael Kühne, eine große, große Ehre, Leo-Preisträger und ja, voll im Geschäft und Herr Kühne, wir reden hier die ganze Zeit über die Digitalisierung auf dem Kongress. Sie haben da eine sehr pragmatische Herangehensweise. Wir haben mal darüber gesprochen, Sie sagten damals, Digitalisierung, das kommt, das geht, wir müssen uns damit beschäftigen, aber ein Hype ist es nicht, oder? Also das geht, habe ich nicht gesagt und ich glaube, die Digitalisierung ist nicht wieder zu verdrängen. Sie hat uns alle erfasst und sie wird eher sich weiter verstärken. Es ist natürlich ein Schlagwort, unter dem viele Leute unterschiedliche Dinge verstehen und es hat einen sehr unterschiedlichen Entwicklungsstand von Branche zu Branche und von Unternehmen zu Unternehmen. Ich selbst bin der Meinung, es ist nur ein anderes Wort eigentlich für die Informationstechnologie, die uns schon seit 50 Jahren zur Verfügung steht und die immer weiter entwickelt wurde und in einsame Höhen getrieben wurde. Die Tatsache, dass technologisch heutzutage so viel möglich ist, führt dann dazu, dass man das als Digitalisierung bezeichnet, die natürlich zu gewaltigen Veränderungen in den Prozessen und im gesamten Ablauf und eigentlich überall im Leben der Menschen führen wird und so auch in der Logistik. Also es ist ein Thema, das höchste Aufmerksamkeit erfordert, aber das war schon immer so. Informationstechnologie ist schon seit Jahrzehnten ein sehr wichtiges Element in der gesamten Wirtschaft und darüber hinaus in der gesamten Gesellschaft. Herr Kühne, Ihr Lebenswerk kennzeichnet ja auch, dass Sie sehr früh ins Ausland gegangen sind, dass Sie die Chancen in China und anderen Teilen der Welt erkannt haben. Aber ist es nicht gerade auch so, dass die Chinesen und alles das, was aus Südostasien zu uns nach Deutschland, Europa schwappt, eben halt in der Digitalisierung sehr viel weiter ist als wir teilweise, auch gerade im Bereich der Logistik? Sehen Sie da eine Bedrohung oder sehen Sie da eine Chance? Ja, ich bin ja ein großer Anhänger der Globalisierung und bin der Meinung, dass die Welt so weit zusammengewachsen ist, dass man da keine großen Trennlinien ziehen soll. Natürlich, die Chinesen sind sehr innovativ inzwischen geworden und haben sich Vorsprünge erarbeitet. Die USA waren immer vor Europa, sie waren uns immer um Jahre voraus, auch von da kommen die größten Impulse. Aber die Europäer sind aufgewacht. Ich muss sagen, dass dieses Thema auch in Europa, glaube ich, mit großem Ernst behandelt wird und wahrgenommen wird und praktiziert wird. Also sehr große Unterschiede sehe ich nicht. Die Impulse kommen eben von allen Seiten und werden dann verschmelzen und man wird sich gegenseitig befruchten. So wird hoffentlich die Welt immer effizienter werden. Ob sie damit besser wird, bleibt abzuwarten, aber effizienter wird sie werden. Ein wenig hat man den Eindruck, dass in den letzten Wochen, Monaten, Jahren die Welt ein wenig schlechter geworden ist. Sie sprachen gerade davon, dass Sie ein großer Fan der Globalisierung sind. Wenn wir uns aber das Thema Brexit zum Beispiel anschauen, auch andere, wie soll ich sagen, Abschottungen, zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten, was man dort hört, dann hat man doch das Gefühl, es wird schlechter, die Herausforderungen werden größer. Sie haben in Ihrer Karriere viele Auf und Abs erlebt. Macht Sie das gelassen? Sehen Sie diese Tendenzen in den USA oder auch in dem Brexit entsprechend gelassen? Ja, wenn man natürlich in einem Alter ist wie ich, dann hat man viel erlebt, viel Auf und Ab, viele Rückschläge, viele überraschende Entwicklungen. Aber eigentlich ist das Leben immer weitergegangen. Und in der Tat, wir haben immer Krisenherde gehabt, aber wir haben jetzt besonders viele Krisenherde. Andererseits, meistens kommt es dann doch nicht so schlimm, wie vorausgesagt wird. Also ich glaube, die USA sind stabil genug, um den aktuellen Präsidenten zu überleben. In China ist sicherlich eine bemerkenswerte Entwicklung. Einmal strammer Kommunismus, andererseits eine sehr liberale Wirtschaftsordnung. Also das sind ja Gegensätze, die man eigentlich von der Logik gar nicht nachvollziehen kann. Also Überraschungen gibt es immer wieder. Und die unerfreulichen Krisenherde wie Nahost oder auch Brexit würde ich auch dazu zählen. Denn ich finde, das ist eine totale Unvernunft, was da stattgefunden hat und noch stattfinden wird. Aber wir müssen damit leben. Es ist einfach so, die Menschheit wird nie vernünftig werden. Sie wird auch nie friedlich werden. Es wird immer wieder Auseinandersetzungen geben. Das ist sehr schade, das ist sehr bedauerlich. Aber wir müssen damit leben. Ein großer Punkt der Globalisierung ist ja auch das, was man subsumiert letzte Zeit unter die neue Seidenstraße. Wie sehen Sie die neuen Transport, die neuen Verkehrsströme in dieser Welt? Die verändern sich doch eigentlich auch, oder? Oder sehen Sie da eine gewisse Kontinuität? Nein, natürlich. Neue Verkehrswege hat es auch immer wieder gegeben. Und das sind Pionierleistungen. Die sind durchaus zu begrüßen. Auch alle Möglichkeiten, die es gibt, müssen ausgeschöpft werden. Und wenn zum Beispiel der Bahnverkehr durch Russland und von China aus immer besser funktioniert, dann werden die Warenströme dort sich teilweise hin verlagern. Die Seidenstraße wird zügig ausgebaut und wird an Effizienz gewinnen. Es ist imponierend, wie die Chinesen dieses Projekt vorantreiben und ja auf den verschiedensten Wegen sich Europa erschließen. Allerdings die Masse der Güter wird immer auf dem Seewege laufen. Also ich glaube nicht, dass es da zu massiven Umschichtungen kommt. Aber es kommt für bestimmte Branchen, für bestimmte Güter, gibt es neue, effizientere, schnellere und möglicherweise auch preisgünstigere Wege. Hier beim DLK sind Sie ja auch in einem Panel nachher. Es geht um humanitäre Logistik. Es geht um den Kontinent Afrika. Es geht um die ganzen Katastrophen, die wir in der letzten Zeit, auch Unwetterkatastrophen, die wir erleben mussten, Kriege, Konflikte, bewaffnete Konflikte und die Frage, was kann die Logistik dort tun? Was kann aus Ihrer Sicht die Logistik dort tun? Ja, ich habe ja eine große Stiftung und innerhalb dieser Stiftung haben wir einen bestimmten Bereich. Der nennt sich HELP, humanitäre Logistik, wo wir mit einem Team von Mitarbeitern über eine separate Gesellschaft drei Zentren haben, einmal Ostafrika mit einem Büro in Kenia, einmal nach Ost mit einem Büro in Amman und Südastasien mit dem Zentrum in Singapur. Und dort beraten wir Hilfsorganisationen, sogenannte NGOs, bei denen die Logistik zwar eine große Rolle spielt, aber das Know-how unterentwickelt ist. Man weiß im entscheidenden Moment eben dann immer nicht, wie man die Ware sicher und eben schnell, effizient in die notleidenden Gebiete, zur notleidenden Bevölkerung bringt. Das kennt man aus zahlreichen Beispielen und da haben wir uns das zur Aufgabe gemacht mit qualifizierten Mitarbeitern, die Logistikexperten sind, einerseits, aber andererseits auch wissen, wie man ein solches Know-how auf die Hilfsorganisationen überträgt. So sind wir mit etwa 30 weltweit tätigen Hilfsorganisationen in Kontakt, beraten sie, führen Schulungskurse für deren Mitarbeiter durch und das ist eine recht muntere Veranstaltung geworden, die sich ständig ausweitet, weil die Bedarfe sind sehr groß und gerade Afrika ist natürlich das Paradebeispiel, wo es noch am wenigsten funktioniert mit der Logistik. Insofern begrüße ich auch die Sequenz, die jetzt folgt unter Leitung von Herrn Professor Baumgarten. Das ist ein sehr wichtiges Thema, das gehört auf den Deutschen Logistikkongress und das ist noch sehr ausbaufähig und ich wünschte mir, dass möglichst viele Unternehmen unserer Branche sich diesem Thema auch sehr konzentriert widmen werden. Letzter Frage, Komplex, Sie erwähnten Ihre Stiftung, die ist ja auch sehr aktiv im Bereich Ausbildung, Fortbildung, Universitäten. Sie sponsern dort einige Hochschulen, es gibt die Kühne Logistics University in Hamburg. Wie ist es eigentlich um den logistischen Nachwuchs bestellt? Ich hatte Sie als Logistiklegende hier vorgestellt. Welchen Rat geben Sie eigentlich der Branche, aber auch den jungen Leuten, die da mit dem Gedanken spielen, in die Logistik zu gehen oder auch nicht? Also das mit der Legende haben Sie jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Beim dritten Mal gibt es eine ernsthafte Verwarnung, wenn nicht eine rote Karte. Also ich fühle mich nicht als Legende, sondern als lebendigen Menschen und möchte auch eigentlich nie eine Legende werden. Also ich bin Praktiker und wenn Sie sich nach den Ausbildungsdingen fragen, es ist ja klar, unsere Branche ist eine sehr lebendige, ist eine ständig wachsende und fordert immer mehr qualifizierte Arbeitskräfte auf allen Stufen, aber eben auch auf der Stufe der akademisch geschulten Mitarbeiter. Und deshalb hat sich meine Stiftung es zur Aufgabe gemacht, schon seit Jahrzehnten den akademischen Nachwuchs in der Logistik eben zu unterstützen und zu fördern. Dadurch, dass wir Lehrstühle finanzieren von Seiten unserer Stiftung. Schon lange arbeiten wir mit der WAU zusammen, mit der ETH in Zürich, mit der Technischen Unität Berlin und mit einigen anderen. Und dann haben wir vor sieben Jahren die Kühle Logistics University in Hamburg gegründet, die einzig weltweite reine Logistik-Universität, die sich gut entwickelt hat, die immer noch klein ist, aber ständig wächst und die ein anspruchsvolles Programm auf der Bachelor- und auf der Masterstufe anbietet. Und es ist immer eine Freude zu sehen, wenn nach zwei oder drei Jahren die Studenten ihre Graduierten-Diplome bekommen, dass sie aus allen möglichen Ländern kommen, dass sie sehr begeistert sind, sehr erfreut sind und positiv berichten über das Studium und dann in Führungsaufgaben in der weiten Welt gehen. Und diesen Anspruch habe ich, dass wir das immer noch ausweiten, dass wir weitere Felder finden, wo wir Aus- und Weiterbildung auf verschiedenen Stufen, aber eben auch auf der Universitätsstufe von meiner Stiftung aus fördern. Ja, vielen Dank. Das rote Sofa provoziert auch ein wenig zur roten Karte. Das ist der Sinn der Sache quasi hier von diesem Sitzmöbel. Aber allerletzte Frage nochmal zum Nachwuchs, zu den jungen Menschen in der Logistik. Glauben Sie, dass die jungen Menschen, Männer, Frauen, den gleichen Spirit, den gleichen, ja neudeutsch sagt man auch, Drive haben, Mumm haben vielleicht auch wie Sie damals, als Sie angefangen sind, in die Branche eingetreten sind? Ja gut, jeder Mensch ist anders und das können Sie nicht über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, von der Logistik geht eine Faszination aus. Insofern bin ich mir nicht bange, dass wir auch immer wieder junge Leute für die Logistik begeistern können. Ein gewisses Handicap ist, dass die Branche in der allgemeinen Öffentlichkeit eben doch noch nicht so bekannt ist. Und wenn junge Menschen von der Schule abgehen oder eben ihr Studium gemacht haben, dann wählen sie oft eben Berufe, die einfach einen höheren Begranntheitsgrad haben in Handel und Industrie und nicht unbedingt in der logistischen Dienstleistung. Das ändert sich graduell, das muss man immer weiter fördern, dadurch, dass das Image der Logistik verbessert wird. Und da kann ich nur an die Bundesvereinigung Logistik appellieren, dass sie das Ihre dazu tut, um die Popularität der Logistikbranche noch mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu bringen. Dazu genügt nicht ein großer Kongress. Der ist zwar sehr schön, der ist auch sehr anerkannt, aber der ist auch schnell wieder vorbei. Also das ist eine Arbeit, die muss 365 Tage im Jahr stattfinden. Und da mögen die hohen Herren der BVL sich mal ganz schön am Riemen reißen in Zukunft. Ein markantes Wort, Herr Kühne. Ich habe Sie hier auf dem Sofa und entlasse Sie aber nicht, bevor Sie noch etwas zum neuen DVZ gesagt haben. Ich hoffe, Sie geben uns nicht die rote Karte, aber schillern Sie doch mal Ihren ersten Eindruck der neuen DVZ, die heute druckfrisch auf den Markt gekommen ist. Na ja, also auf der Titelseite sind die Farben blau, gelb und rot verankert. Entscheiden wir uns mal für gelb. Also warten wir mal ab. Das ist ja nun die erste Ausgabe. Ich habe das schon sehr sorgfältig beobachtet, denn ich bin ja seit 50 Jahren treuer DVZ-Leser, wenn es damals die DVZ schon gegeben hat. Und ursprünglich gab es ja drei Ausgaben in der Woche und irgendwann, ich weiß nicht, ob Sie es waren oder einer Ihrer Vorgänger, gab es plötzlich nur noch zwei Ausgaben. Und ab heute, wenn ich es richtig verstanden habe, ob es gleich gestern auch eine Ausgabe gab, sollte es eigentlich nur noch eine Ausgabe geben. Also ich bin da immer noch etwas konservativ. Ich habe gerne eine Zeitung in der Hand und blättere darin herum und suche mir das aus, was ich lese, statt dass ich dann immer mich online irgendwo durchklicken muss. Das ist für mich ein bisschen mühsam und dauert länger, als wenn man die Zeitung in der Hand hat. Also ich werde die Zeitung an manchen Wochentagen vermissen, werde umso erfreuter sein, wenn sie einmal in der Woche noch kommt. Und ansonsten wünsche ich Ihnen viel Glück mit Ihren Experimenten. Sie sind ja innovativ, Sie sind angriffslustig, Herr Ehren, und das ehrt Sie, um bei Ihrem Namen zu bleiben. Also ich wünsche Ihnen recht viel Glück mit der neuen DVZ. Ganz herzlichen Dank und online morgen früh und vielleicht auch schon heute Nachmittag, werden Sie dieses Interview verfolgen können. Und dann auf jeden Fall in der nächsten Woche, am nächsten Mittwoch, in der dann zweiten Ausgabe der neuen DVZ. Vielen Dank, Herr Kühne, dass Sie hier auf dem roten Sofa gewesen sind. Es ist wirklich eine große Ehre gewesen. Und Sie werden gleich im Panel mit Herrn Baumgartner entsprechend über humanitäre Logistik auch noch eine Speech halten. Und da gehen wir gleich hin und schauen uns das mal an. Ich hoffe, alle kommen mit, denn der Saal muss voll werden. Das ist ein Wort. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020